So, dann wollen wir hier mal ganz spritzig weitermachen, und zwar in Doom. Los jetzt! Ressourcen-Operationen Befreit aus deinem Gefängnis im Kampf mit dem Bösen, so beginnt der Kreislauf erneut. Um die Quelle der dämonischen Inversion zu finden, musst du zunächst den Kommunikationssatelliten in der Ressourcen-Operationszentrale neu ausrichten. Machen wir doch locker mit links. Aufweg mal. Los jetzt! Kenne deinen Feind. Mission-Heroes-Forderung. Ja, ja. Finde die Ursache. Hauptenergie. Offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Mein, komm her, ja. Und tap. Und tap. Sehr schön. Stürb, Alter. Hauptenergie. Offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Geil. Bläppling. Hochratte. Ach, komm. Zack. Wunderbar. Geil. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da jetzt deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sich hier ums erschaffen. Und das jetzt. Geile Information. Bin sehr erleichtert. Automap gespeichert. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. Oh, jetzt zieht's los hier, oder? All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Na ja, jetzt. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Alter, geh mir doch auf den Sack. Geh mir doch auf den Sack, Alter. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. Der hat gesessen. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Ach, wer geht's nicht? Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben. Alter, hieb mir die auf den Sack, die Alter. Dämonenpräsent gefährlich hoch. Ach du Scheiße. Was ist jetzt los? Okay. Kommt her, ihr Wichser. Boah, Alter, war die knapp. Genauso muss ich zeigen, Alter. Na, sag mal. Das ist der eine Schelle von mir. Komm, mach mal Abflug. Hier fangt Granata. Ja, rein weg. Bastard, Alter. Komm, Funktion. Jo, zack. Geil. Okay, let's do. Oh, what, go? die 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 ja die die doch gut ab. Na komm her. Jawoll, Alter. Genau so muss jetzt sein. Geil. Das ist die Klatschen, das ist die Spurzen. Spurzen die Scheiß hier. Na, 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 na. Komm, lass mich durch hier. Na, rum bitte. Danke schon. Alter, das sind die Crews, ey. Ja, Licht. Nice, nice. Oh, alles klar. Wir sind gefährlich hoch. Abdecken, abgeschlossen. Wir müssen die erstmal rumlegen, ja, Alter. Action. Gefährlich hoch. Abdecken, abgeschlossen. Bis heute Morgen. Nur ruhig ist das begin. Nach, Pau bis nach Schiehen. Wir schauen mal, wir schauen mal, wir schauen mal. sie und so mit sieben ich kann nicht schießen doch ich kann nicht lieben aber so kann es machen ich kann nicht noch ich konnte nicht mehr schießen totale scheiße scheißback alter Mann 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 Dämonen präsent gefährlich tot abhängig und abgeschossen da konnte ich einfach nicht mehr schießen Alter abhängig und abgeschlossen so eine scheiße Alter was ist hier los ne ich hier ohne alle ab er darf dann nicht wahr sein so 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 Alter, fuck, ey. Ja, na, warte mal. Aufzug gesperrt. Scheiße, wo noch denn? Ah ja. Da konnte ich einfach nicht mehr schießen. So eine Scheiße. Egal, weiter geht's. Aufgeladene Salbe. Ach, siehst du, jetzt hab ich auch noch. Ah. Daran hab ich gar nicht mehr gedacht. Die gelbe Karte. Oh, ey, auf den Sack. Bleib da, wo du herkommst, Alter. Zugang gesperrt. So, jetzt muss ich hier selber was verkünden. Da lang. Zugang gestattet. Oh, ja. Willkommen in der Mars-Station der UAC. Sie befindet sich im Anschlagbecken der Elastiebente. In dieser Werkbau- und Forschungsanlage werden täglich die Grenzen unserer Imagination aus dem Kofo geschehen. Als Angestellte ist diese Loyalität nicht nur eine Verpflichtung für die UAC. Es ist eine Verpflichtung für die Zukunft der Menschheit. Vielen Dank. Ah, gern geschehen. Gibt's schon, ja, hier. Hm, genau mein Geschmack. Sehr schön. Oh, wie geil, ey. Oh, Alter, hat ja was in der Frisee gekriegt, ey, bam. Oh, Alter, hat ja was in der Frisee gekriegt, ey, das war mal, ey. Alter, ist ja krank, Alter. Krank, aber geil. Mach mal das so. Oh, Alter. Wer hat die ne Frisee boxt, ey, geil. Oh, Berserker, geil. Boah, Alter. So, und noch einer ohne Fahrkarte. Hier, fang. Na, komm runter, du Sau. Dann nehmen wir ihn hoch. Oh, komm runter, nie hoch. Ist ja, äh, äh, äh. Ebelst krank, ey. Einmal fünft, eh, 5000, 5000, 5000 Saitasche, ey. Moni. Oh, nee. Och, nicht schlecht. Ich habe deinen Zugriff auf den Scanner der Einrichtung blockiert. Komm zum Vega-Terminal, dann bekommst du, was du brauchst. Na, der hört sich doch gut an. Boah, Alter, fuck. Geil. Na, man hat einsam, wenn ich nach mir schießt denn hier. Ziehleiner. Schönger. Heftisch, heftisch. Heftisch. Heftisch, heftisch. Heftisch, heftisch. Häftisch. Heftisch, heftisch. Geil. Geht schon gut ab, ey. Von Anfang. Der Klatsch nur so, ey, ja. Geil. 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 ... Geil. Das klatscht, ey, da. Schon geil. Jetzt mal zuhören, machen wir das hier. Kaufen. Naja, das wird schon, das wird schon. Weiter jetzt hier. Oh, der Typ nervt, Alter. Ach, der Typ nervt. Aber der Typ. Naja, der Typ. Okay, aber der Upport, ne? Na klar doch, machen wir. Gesundheit, Resumition, mhm, ach komm, Gesundheit. Du hast eben meine Arten in der E aufgemacht. Sie scheint dir zu bekommen. Ich entsperre die restlichen Artenzellen in der Station für dich. Weh da, die E-Wasserie. 61.337 UAC-Angestellte verstorben, 81% der Einrichtung abgeriegelt, dämonische Präsenz auf der gesamten Anlage extrem hoch. Laut Dr. Haydens Aufzeichnungen begann die Invasion in den Lazarus-Laboren. Offenbar wurde eine Höllenwelle aktiviert, die 64% der UAC-Belegschaft in die Kreaturen verwandelt hat, die jetzt die Anlage bevölkern. Der Rest wurde von den Dämonen getötet, die Olegabiers aus ihren Zellen befreit hatten. Ich glaube, ich muss mich für das, was hier geschehen ist, entschuldigen. Einige meiner Angestellten haben es zu weit getreten. Olivia ist für all das hier verantwortlich und ich glaube, dass du dich irgendwann um sie kümmern musst. Du hältst vielleicht nichts von unserer Forschung, aber du musst wissen, wir haben die Hölle und ihre Ressourcen nur genutzt, weil das im Interesse der Menschheit war, was hier in dieser Einrichtung geschehen ist. Das ist der Preis für den Fortschritt, aber das ist jetzt nicht richtig. Es gab einen Vorfall in der Gießerei. Die Regulatoren wurden zerstört und die Kerntemperatur destabilisiert sich. Sie haben den angrenzenden Bereich überrannt. Du musst die Entlüftungstorbenen wieder aktivieren. Eine Kernschmelze wird keiner von uns überleben. Das ist sehr, sehr schön. Kernschmelze, ja alles klar, wir sind gerade mal ab von viel Schmelze und der erzählt mir irgendwas von den Kernschmelzen. Bumm, alter. Alter, was geil, alter. Richtig spritzig das Game. Das ist immer soviel von der nächsten Mission. Richtig bumme. Das ist immer soviel von der nächsten Mission. Und da rein. Not. Hier.